Gut, schönen Abend. Wir erzählen über was ganz Sperriges. Energieautonomie in Vorarlberg ist es inzwischen Usus und gehört zum guten Stil, dass auf jedem Haus eine Solaranlage hängt oder steht oder angemacht ist. Wir wollen die Energie, die wir verbrauchen, selber produzieren hier in unserem kleinen Bundesland. Und Energieautonomie ist ja eigentlich sowas Sperriges. Kilowattstunden und Energieeffizienz und erneuerbare Energie. Und uns hat es sehr gewundert, wie die Energiemenschen das geschafft haben, Energieautonomie so auch in der Bevölkerung zu kommunizieren, dass wir alle so stolz darauf sind, dass wir die Energie, die wir brauchen, selber herstellen. Weil, wenn man sich anschaut, was wir jeden Tag dreimal am Tag machen, zusammensitzen und was essen und was trinken, dann hat es uns sehr beschäftigt, wie sieht es denn eigentlich mit den Nahrungsmitteln aus? Wie sieht es mit dem Autonomiegrad bei der Nahrungsmittelversorgung aus? Und darum reden wir heute nur über Boden und Sonne und Wasser. Und wenn man sich mit der Frage beschäftigt, also was kann man bei uns produzieren oder was wird bei uns an Lebensmitteln produziert, landet man unweigerlich schnell bei der Milch. Da produzieren wir so viel, dass wir fast die Hälfte davon in den Export schicken. Wir müssten aber gleichzeitig 30% der Futtermittel importieren aus Übersee. Was hier bleibt, sind 100% der Scheiße. Das ist eine sehr spannende Sache, dass wir nicht nur über Schubladenführungen und Hochseekräne quasi uns am Export orientieren, sondern auch in der Landwirtschaft gibt es sehr große Bereiche, die quasi am Weltmarkt mitspielen möchten, wenn man das so sagen kann. Das ist insofern spannend, wenn man sich diese Selbstversorgungsgrad-Statistiken von der Statistik Austria anschaut, die quasi versucht festzuhalten, wie viel von einem Verlebensmittel, die in der Region verbraucht werden, werden auch tatsächlich da produziert. Das finde ich sehr nüchtern. Also wenn man sich mal den Bereich Gemüse anschaut oder Rindfleisch, wo man sagen würde, das können wir hier produzieren. Gemüse wie zum Beispiel dieser Kohlrabi am Prägenzer Wochenmarkt gekauft, ein regionales Produkt, Par excellence, würde man denken. Zu 85% Wahrscheinlichkeit kommt das Samenkorn von diesem Kohlrabi aus China, wurde dann in Holland in einem russischen Torfmoorballen abgesetzt, um ein Setzling wachsen zu lassen, dann in den Bodenseeraum gebracht mit einem LKW, von osteuropäischen Akkordarbeitern in die Erde gesetzt, gedüngt mit Düngemitteln, die zu 60% aus der Karibik, zu 30% aus Russland kommen und dann am Prägenzer Wochenmarkt als regionaler Kohlrabi verkauft. Ein regionales Produkt, das in der genetischen Information drei Firmen gehört. Spannend, wenn man sich mit dem Bereich Boden auseinandersetzt, ist in unserem Land auch, dass wir den Boden in zwei Ebenen verlieren. Und zwar verlieren wir oben, oberhalb der Siedlungsgrenzen. Also unser Land wächst zu, weil der Wald zunimmt und ehemalige Weideflächen und damit produktive Flächen quasi im Wald aufkommt. Und auf der anderen Seite wächst unser Land auch im Tal unten zu. Es wird zur gebaut. Und zwar nicht in einem sehr sparsamen Weg, sondern eigentlich sehr verschwenderisch. Das ist die Tragik von gutem Ackerboden. Das ist auch gleichzeitig immer guter Bauboden. Der beste Ackerboden in Österreich finden Sie unter der Start- und Landebahn vom Flughafen Wien-Schwächert. Spannend ist hier im Zusammenhang, dass diese Reste von der Kulturlandschaft, von der bauerlichen, die wir mal gehabt haben in unserem Land, jetzt herhalten müssen als ausgehöhlte Marketing-Tools, um super Soft-Sandwich-Brot anzubieten. Das mit der Maisa ist, das höchstwahrscheinlich als Ferienwohnung genutzt wird, eigentlich wenig gemeinsam hat. So, quantitativ in Vorarlberg, um was geht es jetzt? Das Zuwachsen unserer Bauflächen oder unserer Landwirtschaftsflächen durch das fortschreitende Bebauen. Jeden einzelnen Tag in Vorarlberg werden 1500 Quadratmeter neu, freie Fläche, Landwirtschaftsfläche in Bauland umgewidmet, gehen also der landwirtschaftlichen Produktion verloren. Und das heißt, dass unsere landwirtschaftlichen Produktionsflächen inzwischen so aussehen, wie hier in Lustenau, wo der Traktor kaum mehr umkehren kann auf dieser Wiese und die Nachbarn sich, wenn, dann über Schütter und Kuhglocken vielleicht noch beschweren. Der Mensch macht es aber nicht nur im Umgang mit Grund und Boden, sondern der Mensch überformt diese Erde massiv. Wenn man sich vorstellt, wenn man alle landlebenden Wirbeltiere, alles, was so kreucht und fleucht auf der Erde, auf einen Haufen schmeißt, sind nur noch 3% der Masse dieser Wirbeltiere Wildtiere. 65% sind schon Nutztiere, 32% sind ungefähr Menschen. Das heißt, wir haben diese ganze Erde massiv beeinflusst. Wenn man uns aber jetzt diese Fläche, die in Vorarlberg als Bauland gewidmet ist und nicht bebaut ist, das ist eine ziemlich ordentliche Fläche, das sind über 4000 Hektar, also fast 40% vom Bauland, hernehmen würde und bebauen würde mit Dinkel, könnte man für jeden Vorarlberger und jede Vorarlbergerin 38 Kilogramm Dinkel auf dieser Fläche anbauen. Oder aber, wir könnten auf der Fläche auch Kartoffeln anbauen. Für jeden Vorarlberger im ganzen Jahr, jeden Tag ein halbes Kilo Kartoffeln zur Verfügung stellen. Schauen wir mal. Da habe ich begangen. Zur Kartoffel gäbe es noch viel mehr zu sagen. Spannend ist da, wenn man sich das auf einem globalen Level anschaut. Im Schnitt steht jedem Erdenbürger eine Fläche von 2000 Quadratmetern zur Verfügung, um seine Lebensmittel, seine Kleidung, was auch immer er braucht, auch zu bauen. Die Fläche, die wir als Bauland überhangen haben, also ein Bauland, das nicht bebaut ist, wird ausreichend für 20.000 Menschen ihre Bedürfnisse zum Deckel. Und trotzdem widmen wir jeden Tag 1500 Quadratmeter um und die gehen unwiderruflich verloren. Also wenn eine Fläche bebaut ist, versiegelt, die kann ich nicht mehr so einfach rekultivieren. Das stellen sich viele Leute sehr einfach vor. Ist es aber nicht. Nur aus Größenordnung, wir haben seit den 50er Jahren die Fläche von Indien an fruchtbarem Ackerland verloren. So, also was tun? Wollen wir die landwirtschaftliche Produktion jetzt den Profis, wie dem Simon beim Vetterhof, überlassen? Ich sage nein und er stimmt mir sogar zu, weil es geht eigentlich darum, die landwirtschaftliche Produktion, die Produktion von Nahrungsmitteln zurückzugeben zu den Menschen, die da draußen leben, arbeiten, essen, Bier trinken, Pizza konsumieren. Und ich glaube, ähnlich Usus wie eine Solaranlage auf dem Dach und Energieautonomie es geschafft hat, diesen Bogen zu ziehen, müsste es sein, dass wir die Hälfte unserer Nahrungsmittel hier auf unserem eigenen Boden wieder selber wachsen lassen, herstellen. Und den Rest kauft man dann bei Betrieben wie zum Beispiel dem Vetterhof. Und wenn wir die Pizza jetzt genießen, können wir uns ja Gedanken dann dazu machen. Danke. Applaus Danke. 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 Danke.